So gesagt, getan. Da bin ich wieder. Level 3. Ich habe Level 1 bis 3 mittlerweile schon so oft gespielt von Extermination Day. Ich verlasse mal, ob die drei Levels sind, die ich immer spiele, irgendwelche, ja, wenn ich, hä? Die ich durchspiele, wenn ich irgendwelche Gameplay-Mods probiere. Also Sachen wie Doom4Doom, die neue Version von Doom4Doom, der Death4thold, die neue Version von Death4thold, Smooth Doom, Smooth Doom mit Smooth Doom Textures und und so weiter und so fort. Ich habe es mittlerweile echt für jeden Scheiß, ich brauche die ersten drei Levels. Deswegen kenne ich die mittlerweile echt wie meine besten Tasche. Also, naja, die Levels nutzen mich ab, aber sind schön. Was ist mit meinem Rechter los? Normal? Mit Licht? Man sieht einfach gar nichts mehr. Äh, Quatsch. Man sieht gar nichts mehr, sondern es ist halt, es gibt halt einfach keine Framerate. Klappe. Hallo? Wow. Leck. Ich. Was war das denn gerade? Ich habe dreimal an ihm geschossen. Genau. Meine Pferde. Warum ist das gleich so? Er ist doch schon trinken. Siehste, geht eigentlich mehr als 100? Ne, ne? Haben wir ja, hatten wir ja das nicht probiert gehabt. Ne, geht nicht. Reicht ja auch. Als Not-Back-Up. What? Äh, so soll es nicht laufen? Fuck. Alter, ernsthaft? Was mache ich denn hier? Dankeschön. Dankeschön. Warum kriegt man noch keinen Sex? Egal. Ja, trink ich schneller. Love. Fliebeuge, 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 Fliebeuge. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, na komm. Da ist mal. Oh, Alter, was ist denn? Hä? Das war doch letztens nicht so schlimm mit dem Dich. Oder liegt Dich jetzt ein Brutelzum an der neuen Saison davon? Ich habe keinen Plan, was hier gerade abgeht. Du hast gefaart. Ja genau, bitte. Ich bin sehr gut. Danke. Wie immer füge ich mich? Voll nice und so. Bleib da. Danke. Aber jetzt schöne Wasser, die kann sich drehen und nicht mehr drehen. Geht nicht. So. Okay. Jawoll. Voll Munition. Kann man immer gebrauchen. Kann man immer gebrauchen. Quickside over your game. Ja. Na, ich schieße dir nach. quele mal nochmal! Boats- Ja? Sie Lang excellence! Ja? Kriegen- Kriegen- Kriegen미f 가져's nie mehr! Kriegen- So, jetzt kommt der Große. Kommst du? Wo ist denn der jetzt hin? Komm mal her, du Arsch! Dankeschön! Okay. Fuck! Das war wohl nicht verplant. Ich brauche nur einen Super Shotgun. Alter, wie der einfach hinter dem war. Was ist denn hier los? Oh, zwei auf einem Streich. Gefällt mir, kann man machen. Oh, wie will ich jetzt das Scheiß hier machen? Ah, komm. Danke. Oh, das ist weg. Wow. Guck mal, stehen hier. So, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Erd rein, erd raus. Was tue ich hier? Geh doch. So, jetzt Kako Demon. Komm her, komm her, komm her. Hat einer überlebt? Nein, alle weg. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Danke, danke. Komm her. Na, los. Uffette, ja. Uffetten, halt uffetten. Wir denken, ich bin Spaß da. Yay. So, okay. Dann geht es erst mal draußen. Ah, ja. Wow, das ist ja noch einer. Stimmt, wir sind zwei. Ha, ey, wie ist das denn zu? Das ist auch ein... Ach, Gott, ich bin ja auch einer der dritten Generation. Danke. Na los. Ich brauche mal mehr Training, Alter. Gott, nicht nur aus der Puste. So, wir ziehen jetzt mal die ganz netten Herren hier in unserem Bann. Dankeschön. Das war quasi ein Liebesbeständnis. Das war jetzt für 2.0. Na, komm mal her. Ah, ah, danke. Warum musst du denn hier eigentlich? Das sind meine, Susi. Okay, nehmen wir das da. Wow. Äh, bist du ein bisschen zu nah. Bitte geh mir von der Pelle. Komm mal her. Danke. Oh, da muss ich auch noch zu dir kommen. Danke. Danke. Oh, das ist ja noch einer. Habe ich alle 3 aktiviert? Lol. Normalerweise aktiviere ich immer nur 2. Ja, komm. Wow, ist jetzt hier noch mehr rot. Wenn man nichts sieht, nimm einfach eine rote Kugel und du siehst noch weniger. Yay. So, gucken, ob du noch eine übrig geblieben bist. Nein. Da habe ich echt alle 3 aktiviert. Sehr interessant. Das ist so dumm, eigentlich. Ha? Danke, danke, danke. So. Ich soll jetzt auch wieder wetten, wenn ich Glitch aktiviere. Nee, hä? Äh, hier macht es mir auch gelockt, das Shit. Das ist so sinnfrei. Was ist denn hier los? Egal. Soll mich nicht weiter stören. Gut. Springen wir dir tot? Nein, wir schaffen es. Wir sind mit Geister. Halt. Ja, da. Und dann die. So, ansonsten. Ah, nee, wir müssen noch runter. Unten ist noch die... Endlich mal die Supershot dann. Yay. Dankeschön. Geht's noch weiter runter? Ja, immer. Immer schön sicherer Absteig. Denn es gibt's ja immerhin Fallschaden. Und wie gesagt, hier ist jeder Schaden achttfach so groß. Gut, beim Fallschaden weiß ich nicht, habe ich es noch nicht probiert. Aber ich schätze mal, der ist auch achttfach so groß. So, nach dem Motto, wenn sich jemand das Knie bricht, ist er sofort tot. Instant. Okay. Rot. 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 Wir haben rot. Wir müssen rot. Da. Nein. Ne, da. Achso, halt. Haha. Ist ja hier. Haha. Wie gesagt, was mir aufgefallen ist, ich schieb immer ganz kurz. Ihr seht ja hier oben die Anzeige. Witt, 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 witt. Die funktioniert kurioserweise, ist mir letztens aufgefallen, gar nicht mehr. Das Problem ist halt nur, mir ist es immer nicht aufgefallen, weil ich auf die Anzeige wie oben gar nicht achte. Aber wenn man jetzt vielleicht für sich diese Vagations zu tun hat, IDBeholdR, dann, hä? Letzt war doch andere auch, IDBeholdR, ah, ok, halt, aber das funktioniert normalerweise nicht. IDBeholdLightningApp, genau, die LightningApp zum Beispiel, die geht ihr jetzt hier nicht mehr. Eigentlich müsste das wohl aufleuchten und genauso wie bei den anderen der Balkon runtergehen. Tut's aber nicht. Also, ein bisschen fehlerhaft. Ist mir halt zum letzten Mal aufgefallen. Ah, ja. Oh, einer. Hey. Schlecht mich doch. Digga, hab die, kommt ab. Ich hab grad mit meiner Hand auf dem Bildschirm gezeigt, obwohl ich's grad gar nicht sehe. Digga, der war, ich stand da, er stand da und er beißt mich einfach. Digga, wie weit können die, was, was haben die für Faktszene? Ich weiß nicht. Wo muss ich jetzt hin? Wo bin ich überhaupt? Da. Wow. Meine Güte. Alle weg, alle weg. Oh, Alter. Ernsthaft? Hallo? Äh. 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 Fehlt bloß noch. Fehlt bloß noch, dass er, wenn er so extrem Stock gab, das Bild doch teilweise aufbaut. Alter, was, das war ja grad mal, grad mal gefühlt noch ein FPS. Dadurch hätte er ja in Ruhe, nicht in Ruhe stellen können. Alter, hat ja keine Ahnung, was da abgeht. Ich glaube, ich werde dann wohl doch wieder die alte, äh, äh, das alte Lichtsystem benutzen müssen, weil das neue ist einfach so eine, äh, Performance-Bombe. Alter, das geht gar nicht. Ich werde das erfunden. Ich glaube schon von den Russen. Weiter. Auf jeden, tot. Hier und wo? Ha. First try, bitch. Ah. Gehen wir mal hier hoch. Oh. Oh. Äh. Bitte beschenkt mich weiter. Los. Beschenkt mich weiter. Ah. Achso. Brauche ich ja gar nicht. So. Dann holen wir jetzt mal die Kacke hier oben. Dankeschön. So. Jetzt haben wir immer noch nur einen roten Schlüssel. Wir müssen nämlich immer noch in die Richtung. Dankeschön. Dankeschön. So. Dann lief ich mir die Perle holen. Das Problem ist nur, wie gesagt, Raketenwerfer geht hier nicht. Ich habe ja keine Raketenwerfer. Wie gesagt, habe ich keinen Raketenwerfer? Was ist geschehen? Was ist passiert? Stimmt. Stimmt. Hier bekommt man gar keinen Raketenwerfer in der ersten und zweiten Map. Den bekomme ich ja erst noch hier zu. So. Dann erstmal richtig hinsetzen. Ein? Oh. Ah. I. I. L. A. I. I. Fuck! Bitch, doch schon! Da, Faketenwerper! 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 Oh Gott. Wie die da schon wieder alle rein spornen? Ich hab jetzt schon Angst. Gut. Nichtsdestotrotz, wir sind gerüstet und auch nicht. Ich hab Angst. Klappe. Wow! Alter, wie kann ich mich durch die Tür durchkratzen? Das geht doch nicht. Die Möse überwiesst das! Fuck! Das geht doch nicht. Das könnt ihr mir doch nicht antun, wenn ihr Haarschlöcher habt. So. Das Problem ist, ich kann nicht nur räumlich mit den Raketen mit den Raketenwerper arbeiten. Wow! Wunder! Hallo! Was mach ich hier? Halt! Okay. Da, wo wir uns raus brauchen. Noch Fragen? Bam! Bamm. Kommen raus! Komm raus! so kommt sowas von raus, hallo? wow, alter, direkt spiel ich denn bitte kann ich mich irgendwo verstecken? ja klar hier. oder kommen wir auch hier durch? ich hoffe mal nicht. das ist ja so optimal. doch, sie kommt durch. ich bin normal. was mache ich hier eigentlich? ja, ich hab sowas für keinen Bock mehr. deswegen hasse ich es, wenn irgendwo Monster rein spawnen. ja, lass mich vor uns hängen stellen. hä? guckst du das? ja. hä? wo ist denn der riese? hallo? hä? ich glaube, du wolltest verarschieren. jetzt sterbe ich schon, weil ich auf den tisch rauf springe. du wolltest. der, du wolltest. war so hier ist jetzt wieder ein bisschen das ging 3 Leute, mir gefällt das, dankeschön, unter der davon bin ich, so, dann müssen wir wieder 100% leben, ist doch auch mal wieder was feines, ja und jetzt gehts an das wohlbeschissenste von allen ok, geht doch schneller als gedacht ich spiele zu selten wow mache ich alles kaputt und das, was ich eigentlich haben möchte, kriege ich trotzdem nicht so, das noch ok, achso, wir haben ja noch unsere Quelle quasi die Quelle alles übrigens ach ne, wir haben ja alles abgenommen, ja gut, wir sind aber auch schon voll so, das habe ich auch vergessen, sehr schön, also nicht schön, also rhetorisch gesehen, äh, politisch, nein, kann es nicht gesehen, tja da kommen wir leider nicht rein, das ist ein bisschen Bullshit, deswegen, ich gucke mal, ob man hier doch irgendwie reinkommt, keine funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das ist das funktioniert aber auf dem Frisch-Cent-Level leider nicht mehr so, da müssen wir, wir haben doch soweit alles, ja, äh, ja, ich könnte ruhig höchstens nochmal das hier aufladen, ich meine, wir werden wahrscheinlich nie brauchen, ach ne, lasse ich auch, komm, wir nutzen die hier nur einhändig, alles andere wäre, es wäre kein cheaten, weil das Spiel nutzt es ja quasi, also man kann es ja in dem Spiel, aber es wäre ausnutzen eines Bugs, wundervollig nicht, so, äh, ja, äh, ja, äh, gutchen, hätten wir geschafft, dann gucken wir mal, was als nächstes auf der Liste draufsteht, also wir haben jetzt als nächstes, wäre dann die, mit drei, nein, mit drei haben wir gerade, mit vier, ja, als nächstes wäre dann wieder, wie gesagt, 2002 Doom Odyssey und danach den Darken Counter, wäre schon heute jeweils mindestens die beiden Maps, also jeweils, hier mindestens die zwei Maps spielen und hier halt bis Map 10, also inklusive Map 10, doch, werdet ihr also dann gleich wieder Videos von mir haben, ciao, ciao.